Guten Tag, liebe Zuhörer. Ich begrüße euch zu meinem ersten Politomat-Video. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um die politischen Ereignisse aus Januar 2021. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Über einen Daumen hoch dieses Videos würde ich mich sehr freuen. Das Jahr startete mit dem Coronavirus. Die vorgegangene Silvesternacht und die gewohnten Feierlichkeiten wurden durch Lockdown-Beschränkungen beeinträchtigt. Durch nächtliche Ausgangssperren war es in einigen Regionen nicht gestattet, das neue Jahr um Mitternacht draußen auf der Straße zu begrüßen. Silvester-Feuerwerke waren nur durch Reste von Vorjahren oder aus illegalen Beschaffungen möglich. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wurde verboten. Auf großen und beliebten Plätzen waren Zusammenkünfte und Feuerwerke verboten worden. Es wurde aber in zahlreichen Hinterhöfen mit Feuerwerken das neue Jahr begrüßt. Die Briten haben es geschafft. Der Brexit ist vollzogen. Durch die Arroganz der EU war ein Deal für eine zukünftige Zusammenarbeit nur auf den letzten Drücker möglich. Durch den Brexit haben die Briten ihre Freiheit und die Bevormundung durch Brüsseler Bürokraten wiedererlangt. Ohne die Mitgliedschaft in der EU werden die Briten es ein paar Jahre durchaus schwer haben. Dafür wird die EU sorgen. In letzter Konsequenz werden die Briten durch den Brexit profitieren. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde das Kapitol gestürmt. Dieses wurde durch öffentliche Medien dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump zugerechnet. Ausgeblendet wird jedoch, dass Donald Trump lediglich zu einer friedlichen Demonstration und ausdrücklich nicht zu einem Sturm auf das Kapitol aufgerufen hat. Joe Biden wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Somit ist die Amtszeit des einzigen Präsidenten der USA, der keinen Krieg ausgelöst oder sich an einem beteiligt hat, beendet. Auch wenn Donald Trump von den öffentlichen Medien am laufenden Band schlecht geredet wurde und immer noch wird, war er der beste und friedlichste Präsident, den die USA jemals hatte. Er hat Frieden geschaffen und Verhandlungen geführt mit Nordkorea und in Russland. Er hat Streitkräfte aus Kriegsgebieten abgezogen. Präsidenten vor ihm haben nur vom Frieden geredet und im Grunde nur Kriege geführt. Es ist zu befürchten, dass durch Präsident Biden wieder die Kriegstreiberei der USA fortgesetzt wird. Armin Laschet wurde als Vorsitzender der CDU bestätigt. Er hat die Position erlangt durch die Stimmen der Delegierten. Vorgegangene Stimmungstests haben gezeigt, dass die Mitglieder der CDU als Vorsitzenden Friedrich Merz vorgezogen hätten. Die Wahl von Armin Laschet bedeutet ein Merkel-mäßiges Weiter-so, wie er es vor der Wahl selber angegeben hat. Dass er kein eigenes Profil aufzuweisen hat, ist weitestgehend bekannt. Armin Laschet als Kanzlerkandidat bedeutet wahrscheinlich ein Regierungschef im nächsten Bundestag ohne eigenes Profil. Gut ist, dass die Lücke für konservative Positionen wieder größer wird und die AfD dadurch durchaus positiv die nächsten Wahlen mit verbesserten Ergebnissen für sich entscheiden kann. Ob es stattdessen zu einer Kanzlerkandidatur von Markus Söder kommt, ist noch nicht sicher. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentenkonferenz verschärfen die Maßnahmen zum Eindämmen der Corona-Pandemie am 19.01. Wie immer weit über das vertretbare und verhältnismäßige Maß hinaus. Diesmal obwohl die Zahlen der Infizierten rückläufig waren. Man kann hier schon von Übertreibung und Gängelung der Bürger sprechen. Ich will an dieser Stelle an ein Versprechen von Regierungsverantwortlichen erinnern. Wenn der Impfstoff da ist, bekommen alle ihr gewohntes Leben zurück, dann wird alles wieder normal. Den Impfstoff gibt es seit Dezember 2020 und trotz sinkender Fallzahlen werden Maßnahmen verschärft. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen will in Zukunft noch härter bei Asylbewerbern durchgreifen. Sie und ihr Integrationsminister wollen deren Zahl deutlich senken. Auf Null. Dafür soll ein neues Asylgesetz erarbeitet werden. Da sieht man, dass auch innerhalb der EU weitere Mitgliedstaaten wach werden und in der Flüchtlingskrise den richtigen Weg einschlagen. Eine starke Begrenzung, gerade aus islamgeprägten Ländern, wäre auch für Deutschland dringend erforderlich. Der Mörder des hessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde zur lebenslangen Haft verurteilt. Es wurde die besondere Schwere der Tat festgestellt. Wie es zu erwarten war, wird in öffentlichen Medien diese Tat politisch instrumentalisiert, um den Kampf gegen Rechts voranzutreiben. Wie immer wird dabei der gefährlichere Extremismus von links bagatellisiert oder ausgeblendet. Ich hoffe, euch hat das neue Format gefallen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Bitte gebt mir, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden und Bekannten. Euer Jörg Vielen Dank! Vielen Dank.